Willkommen von der IFA Z15, wo wir hier sind bei Sony und jetzt zeige ich euch einfach ein kleines Zubehör, was natürlich mit allen drei neuen Sony-Handys funktioniert, der Z5-Serie, dem Z5 Premium, Z5 und Compact. Hier haben wir das DK52, das ist einfach eine kleine Micro-USB, doch damit das Handy nicht einfach nur rumliegt, sondern wenn ihr ankommen zu Hause und das Handy aufladen wollt oder im Büro einfach andocken könnt. Klein und schwarz und ein Adapter ist auch mit drin, damit das bei etwas dickeren Handys wie dem Z5 Compact dann auch funktioniert. Hier mit dem dünneren 7,5 und 7,8 mm dünnen Z5 funktioniert es ganz einfach. Ihr nehmt das, steckt sie rein und schon kann es geladen werden. Das funktioniert genauso mit dem Z5 Premium, was die Dicke angeht, glaube ich hier. Und dann haben wir natürlich, dass das, wenn man jetzt rausnehmen kann, dann setzen wir hier den anderen Adapter ein und dann kann auch das Compact hier reingesetzt werden. Mit älteren Sony-Geräten ist es leider nicht kompatibel, zum Beispiel im Z3 Compact, das haben wir hier noch liegen. Das hat ja hier den alten Dock, da müsste man das hier jetzt immer aufmachen, das Produkt, und dann entsprechend so irgendwie schräg andocken, das würde ein bisschen bescheuert ausschauen. Also für die Z5-Serie ist hier das DK52 gedacht, mit nur einem Micro-USB-Stecker noch hinten und einem Ladeadapter sollte es, glaube ich, auch nicht in der Verpackung geben, denn da wird einfach dann verangenommen, dass hier das alte Sony-Ladegerät, was eigentlich in der Verpackung von den Handys drin ist, dann einfach benutzt. Das war es auch schon mit der ganz kurzen Demo, wie ihr da zuschaut habt und bis zum nächsten Mal. Der Termin der nächsten ist erst in 12.